Ich denke, das Wichtigste ist, die Geschützbatterien zu beschützen, denn ohne sie geht uns viel Feuerkraft gegen uns zumindest als Ankarn verloren. Was, was von ihnen überhaupt noch verwundet werden kann, ist fraglich. Rolltags, du brauchst einen halben Tag oder wie lange brauchst du? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, willst du ihn relativ zu Beginn rufen, möchtest du ihn in der Mitte der Schlacht rufen, dann bist du zu Beginn aber sehr schutzlos. Nein, ich denke, zu Beginn der Schlacht, das ist das Sinnvollste. Wie lange bleibt er bestehen? Gehen wir mal davon aus, dass es länger dauert als die 90 Minuten, die die beiden Zwerge eben angepriesen haben. Das hängt ganz davon ab, wie lange der Graumann gewillt ist zu bleiben. Wie gesagt, was er an den Tagen sind, durchaus sehr wankelmütig. Es könnte sein, dass er einen guten Tag hat und sehr lange bleibt. Es könnte aber auch sein. Nun, er ist eine mächtige und eigenständige Entität und ich will mir nicht anschicken, zu sagen, dass ich volle Kontrolle über ihn hätte. Immerhin ist er ein wahres und reines Wesen elementaren Wassers. Was machen wir mit den drei Kaisern? Ich glaube, Answin wird eher auf seinem Feldherr in Hügel bleiben, beziehungsweise oben bei den Ställen. Was machen wir mit Rohaja und Selindian, oder? Ich bin nicht sicher, ob Selindian sich davon abhalten lassen wird, seine eigene Reiterei ins Feld zu führen. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ich bin auch nicht sicher, ob er sich davon abhalten lassen wird, den Drachen bei der allerersten Gelegenheit anzustürmen. Hm. Sollten wir, ich weiß nicht, vielleicht Endarion auf Rohaja aufpassen lassen. Ich meine, er kann sie zur Not durch Magie retten und sie kennen sich ja auch. Ihr kennt das Spitzohr? Ja, er ist ein etwas dem Alkohol zugeneigter Elf, aber das ist nicht so schlimm. Und ihr traut ihm in der Nähe unserer Kaiserin? Ja, er war nicht böse zu uns. Er hat auch mitgeholfen, sie zu finden. Natürlich hat er recht wenig dazu beigetragen, aber er ist ein Elf. Also, ich meine, naja. Nun, vielleicht kann er sicherlich irgendwie helfen, was das angeht, aber ich sehe vorher nicht aus unserem größten Wankelnden Punkt. Nein, aber es wäre doch gut, wenn sie beschützt ist und er ist immerhin auch zaubernsfähig und ein wirklich guter Schütze, das muss man schon so sagen. Und wenn ein Gegner auf sie anstürmt, kann er ihn auch aus einiger Entfernung sicherlich einfach, naja, dienfest machen. Mervil Störerbrand wird sie sicherlich ebenso begleiten, aber eine zweite zauberkräftige Person wäre natürlich schon ganz intelligent. Wo werden wir uns versammeln? Auf der Mitte, bei der Infanterie oder werden wir im Sumpflagern im Süden, auf dem Felsvorsprung bei den Kavaleristen? Wir hätten, denke ich, den besten Überblick über das Schlachtfeld vom zentralen Geschützhügel aus. Nun, die Kavalerie wird sich wohl eher an den Flanken sammeln. Möglichst so, dass sie halt ein wenig bergab reiten kann. Ich halte das eigentlich für ganz sinnvoll, wenn Yalan sich mit Finsterfang im Schutze der Kavalerie bewegt. Ja, ich werde dafür wohl die Rommeliser Ritter heranziehen. Andererseits, wenn wir einen solchen Ritt versuchen, könnte es sein, dass Selindian Halder Ehrgeiz bergt und er uns am Ende noch in die Quere kommt. Vielleicht sollte ich mich einfach an ihn angliedern und versuchen, ihn nach besten Kräften zu beschützen. Ich werde wohl an diesem Steg dort vorne im Wasser stehen. Da soll das Wasser ja besonders rein sein. Und dort werde ich sicherlich gut mit dem grauen Mann Kontakt aufnehmen können. Und sobald ich drei Stunden Ritual vollzogen habe, werde ich mich dann wahrscheinlich entlang des Randes durch den Wald hindurch nach oben bewegen und dann zu euch stoßen. Ja, Yalan, ihr müsst euch entscheiden, was ihr tun wollt. Wollt ihr das Halsband zerbrechen oder wollt ihr Selindian Halbe schützen? Beides könnt ihr womöglich nicht tun. Setzt eine Priorität und tut es jetzt. Dann ist das das Halsband. So sei es. Dann bleibt trotzdem noch die Frage, mit welcher Reiterei ich diesen Versuch unternehmen soll. Nun, warum nicht mit den Albananern gemeinsam? Wenn ich mit den Albananern reite, würde Selindian Hal sich wohl anschließen. Ob wir wollen oder nicht. Andererseits spuren sie dann immer hin. Und ihr könnt ein Auge auf ihn haben, ihn beschützen eventuell. Das ist zweitrangig. Ihr seht auch nicht recht. Dies ist zweitrangig. Und dann könnte, kann zumindest jemand Fähiges, vielleicht Arik von Blautern, er ist ein guter Reiter, mit den Rommelisern zusammen versuchen, den Lassamkanern zu gehen, wenn sich denn die Möglichkeit ergibt. Wenn die beiden lebenden Drachen sich hassen, dann kann es passieren, dass sie sich gegenseitig aus dem Spiel nehmen. Dann weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht wäre. Mit ihr Arroganz spielen. Zwietracht sehen. Nun, Apep ist das Beste, was wir auch fahren können. Er ist allerdings auch definitiv das Element, über das wir am allerwenigsten Kontrolle haben. Ich zweifle nicht daran, dass er auf unserer Seite steht, aber das Drachentun ist für uns nicht immer nachvollziehbar. Falls Apep mir recht hat, gibt es einen dritten. Dann sind das Dreieckreiser Drachen. Nun, es wurde ja gerade von den beiden Lebenden gesprochen. Wir können aber auch Lassamkanern gegen Rassasor spielen. Was schwebt euch vor? Der Feind meines Feindes ist nicht mein Freund. Nur weil wir auf unserer Seite Apep haben, heißt das nicht, dass wir Lassamkanern nicht auch gegen seinen Verbündeten drehen können. Ich weiß nicht genau was, aber eine Idee. Wir müssen uns überlegen, wie wir Lassamkanern locken können. Wir können ja kaum mit ihm reden. Ach, gierig. Verratest du ihm immer schon zu eigen gewesen? Wenn Solamin träumt, kann sie ihn beeinflussen. Wir müssen ja nichts über das Feld zu brüllen. Über eine Meile Entfernung wird das schwierig. Und ich glaube nicht, dass er uns hören wird. Wahrscheinlich wird er alles hören und alles wahrnehmen. Aber wenn wir in seinen Träumen ihn beeinflussen, dann können wir eventuell Lassamkanern. Und dann müssen wir auch nicht in die giftigen Träume eines Rassasors eindringen. Das wäre tatsächlich eine Idee. Aber wird er träumen? Er wird doch nicht gequält von einem Pakt und den verbundenen Konsequenzen. Nun, aber er lebt. Und wenn er lebt, dann träumt er. Ich glaube nicht, dass er dafür schlafen muss. Das ist eher etwas wie eine andere Bewusstseinsebene, in die du vordringen könntest. Zumindest könnte man das versuchen. Besser, als wenn man dir ein Säbel in die Hand gibt und du gegen seine Schuppen läufst. Das ist wahr. Dann solltest du nicht. Ich könnte... Entschuldigung. Richtig. Vielleicht denken wir gerade über dieselbe Sache nach Boltax. Ich überlegte gerade, entweder ich könnte mich in deiner Nähe aufhalten. Vielleicht in einem Effat-Tempel, um den Schleier zu rufen. Oder oben auf dem Hügel beim Parane-Tempel. Was hältst du für besser? Ich würde tatsächlich sagen, der Effat-Tempel. Denn aus einem relativ einfachen Grund. Er ist relativ zentral gelegen. Und ich weiß nicht, wo es der Einflussbereich ist, in dem du wirken kannst. Wenn der Sankarn aber nun auf der anderen Seite des Feldes landet, dann könnte das problematisch werden. Und ich hatte tatsächlich genau an das Gleiche gedacht. Ich werde in Throns fallen. Das heißt, ich kann nicht mehr davonlaufen oder so, wenn dein elementarer Freund beschließen sollte, den Tempel zu fluten. Das wird er schon nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist immerhin ein Tempel des Effat. Habel, mir was habt ihr vor? In den Schatten verschwinden und mit eurem Schwert nach den Schuppen schlagen? Nach dem Schwanz? Nun, jemand muss die Drachenkugel mit Sternenkraft erfüllen. Das heißt, ihr werdet bei Raphim bleiben? Und ich versuche, Raphim zum schwarzen Drachen zu bringen. Zumindest ist das meine Intention. Könnt ihr gemeinsam mit ihm durch die Schatten springen? Natürlich. Ich muss nur nah genug herankommen an ihn. Das wäre natürlich ein großes Problem weniger. Läuft man über, ich weiß nicht, eine halbe Meile auf den Drachen zu, meinetwegen auch mit einem Pferd, dann kann ein Flammenstrahl einen immer noch verbrennen. Völlig egal, ob man die Axt hat oder nicht. Aber wenn man unter dem Drachen in den Schatten auftaucht, wäre das natürlich infernal. Nun, es gibt noch andere Möglichkeiten. Drachen nehmen hauptsächlich magisch wahr. Natürlich haben sie ein hervorragendes Sinn, Sinne und Gehör, aber sie verlassen sich auch viel auf ihre Magie. Und diese kann man täuschen, eventuell. So wie in Wahrung, mit Beutax? Ich glaube, das wird nicht so einfach, wie gesagt. Nachdem ich den elementar gebeten habe, werde ich ziemlich erschöpft und wohl kaum in der Lage sein, noch groß Kraft aufzubringen. Wir werden eine Stelle finden, hoffentlich, die uns nah genug an den Drachen hereinbringt. Ich denke, ihr könnt auch etwas abgelenkt sein von den, nun ja, umherfliegenden Geschossen, die ihn treffen. Das klingt zumindest schon mal nach so etwas wie einem Plan. Die Drachen ablenken, von hinten mit der Lanze die Halsgitter zerbrechen. Durch die Schatten mit Raphim auftauchen, den Karfunkel zerschneiden. Die Elfen versuchen, die Drachen am Boden zu halten, damit sie nicht wegfliegen. Beutax schickt den grauen Mann zu dieser Ruhn. Nun, da wir nicht genau wissen, wie viel Sternenkraft die Kugel benötigt, denke ich, ich sollte mitgehen. Was machen wir mit dem zweiten Drachen? Nun, wie gesagt, hoffentlich können die Rommeliser und die verbleibenden Fußtruppen ihn zumindest lang genug ablenken. Denn ich bin mehrreichlich sicher, sobald Rassasor vernichtet ist, wird ihn hier nicht mehr viel halten. Oder zumindest wird das Machtgleichgewicht dann so aussehen, dass Arpab ihn verscheuchen kann. Also gut. Zumal, wenn er am Boden ist, sollte die Reiterei hoffentlich zumindest ein wenig an... Ich weiß nicht. Macht gegen ihn aufbieten können. Wo wird Rohaya sein? Bei ihrem... Hm. Eher klein geraten und aufgewohnt? Nun, sie wird sich sicherlich nicht feige verstecken. Hm. Ich denke gerade... Answin hatte doch einige recht befähigte Spächer, nicht wahr? Wir sollten sie trotzdem auf den gängigen Zugangswegen verteilen, nur damit wir gewarnt werden, falls etwas Unbekanntes oder Unvorhergesehenes auf uns zukommt. Zum Beispiel Untote. Das wird nicht schaden. Es wird wohl nicht genügend Zeit sein, um hier noch Gräben auszuheben, aber vielleicht könnten wir einige eine Art Netzbarrikade aufbauen, sodass sie zumindest ein wenig aufgehalten würden. Ich bin mir exakt sicher, was euch vor schwebt, aber... Arambula hat schon... Und Flöcke in den Boden getrieben und zwischen ihnen Netze aufgespannt. Und wenn es nur alte Fischernetze sind. Bin ich sicher, ob die seinen Drachen auch zu halten vermag, aber versuchen... Nein, einen Drachen doch nicht, gegen Untote. Ja, auch so. Nun, Arambula hat schon mehr in weniger Zeit geleistet, also... Besprecht es am besten mit ihm. Außerdem wurden nicht irgendwo Gräben ausgehoben. Wir sollten uns noch einmal erkundigen, wo genau diese sich befinden. Ja, während ihr euch unterhaltet, kommen von hinten drei tatsächlich recht unscheinbare Gestalten, davon einer mit roten Haaren. Die Herren, die Dame... Die Zwölfe zum Gruße. Wie können wir euch helfen? Die Zwölfe zum Dank. Wie das mein Name. Ich bin in den Diensten Answenz hier und... einer der Geweihten des Handfakes. Wir wollten uns nur erkundigen, ob es in der gegenwärtigen Situation irgendetwas gibt, mit dem wir euch helfen können. Immerhin steht ein gemeinsamer, fast unüberwendbarer Feind vor uns. Das ist wahr, wir haben uns auch schon ein wenig darüber unterhalten. Sulamin, dieser Segen, den ihr sprechen wolltet, welcher war das noch gleich? Das ist der Harmonie-Segen. Oh, das ist eine herausragende Idee, aber von einer wunderschönen jungen Frau wie euch auch nicht anders zu erwarten. Damit wollte ich eure Schönheit natürlich nicht in Abrede stellen. Nun, wichtig ist, benötigt ihr unsere Hilfe als Mitbeter? Sollen wir ebenfalls einen Harmonie-Segen über Teile der Truppen sprechen? Okay, was stellt ihr euch genau vor? Nun, ich weiß nicht, wie weit eure Kräfte reichen. Ich kenne mich mit diesen Segen nicht so gut aus. Aber wir rechnen damit, dass der Schwarze Drache auch über die Beeinflussungen des Geistes versucht, uns von seiner Bekämpfung abzuhalten. Da wäre es natürlich wichtig, dass gerade die Heerleitungen davor geschützt sind und diejenigen Truppenteile, die ihm wirklich gefährlich werden können, auch nicht besessen werden können. Selbstverständlich, das macht natürlich außerordentlich viel Sinn. Ich gehe davon aus, die Zwerge sind zu starrköpfig, um sich einer solchen Manipulation einfach zu beugen. Allerdings wäre es in der Tat wohl wirklich weise, den wir an Halo, Heer von Garret und Anseln von Rabenmund zu schützen, nicht, dass sie am Ende noch unglücklich umgestimmt werden. Ebenso wie ihre direkten Leibwachen, Hofmagie und so weiter. Nachher kommt es noch zu einem ungewollten Verrat. Selbstverständlich, dann werden wir uns wohl auf die drei aufteilen und unser Nötigstes und Möglichstes tun, sie mit diesem Segen zu schützen. Kann ich ihr sonst noch mit irgendetwas behilflich sein? Ihr wisst doch, Dinger, als Gewalt hat es Facts. Ja. Ihr wisst nicht zufällig, wo Albuin Invictus gerade ist. Albuin Invictus in der Wildermarkt nehme ich an. Genaueres müsste ich in Erfahrung bringen. Ich könnte in ein, zwei Stunden noch einmal auf euch zukommen und euch sicherlich genauere Informationen geben. Ich würde euch bitten, mich einfach bei Answin im Feldherrenzelt aufzusuchen. Ich werde dort sein. Überbringter Nanswin doch schon mal die Nachricht. Sollte er sich den Weg zum Flachtbild befinden, ist er durchzulassen? Selbstverständlich. Könnt ihr mir sagen, ob die Tempel hier verwaist sind oder ob sich hier noch Geweihte des Effert und der Pyreine aufhalten? In der Tat, es befindet sich noch jeweils ein Geweihter des Effert und der Pyreine in dem entsprechenden Tempel. Was gedenkt ihr, den Tempel zu tun? Ich möchte eine Liturgie sprechen, um ein wichtiges Artefakt meiner Göttin herbeizurufen, das uns hoffentlich helfen wird, gegen die Albträume vorzugehen. Eine herausragende Idee. Das klingt in der Tat nach etwas, womit wir der Herrin der Albträume möglicherweise einen Schnippchen schlagen können. Es handelt sich um den ersten Schleier, der ihr von ihrem Bruder Boron zum Geschenk gemacht wurde. Da wir wenig Unterstützung durch Boron-Geweihte hier haben, könnte das vielleicht das sein, was der Sache am nächsten kommt. Ja, das ist unglücklicherweise wahr. Boron-Geweihte haben wir hier nicht. Eine merkwürdige Hesinde-Geweihte streunert hier noch irgendwo herum. Ich schätze sie nicht besonders, aber ich könnte sie wohl holen, falls ihr Interesse daran hat, mit ihr zu sprechen. Sie kann euch möglicherweise in Dingen erleuchten, die andere, die ich nicht vermögen. Oder der Herr Pryos. Oh, das ist gut zu wissen. Nun, dann werde ich einmal schauen, ob ich sie finden kann. Nein, sie war da drüben. Ja, und dann würde sich Midas mit seinen beiden anderen Mitgeweihten verabschieden und nach einer kurzen Weile mit einer Hesinde-Geweihten zurückkehren. Hier sind Sie zum Gruße. Eine Schwester aus dem Süden. Hallo, meine Liebe. Oh, es ist mir eine solche Freude. Ihr kommt aus Aranien, nicht wahr? Das ist mir schön. Und ihr aus Fassar. Wie habt ihr das dann erraten? Nun, der Schnitt eurer Schärfe natürlich. Ich interessiere mich ein wenig für Mode, wisst ihr? Was hat euch denn hierher verschlagen? Oh, ich bin schon eine Weile hier unterwegs. Dieser Landstrich ist wirklich höchst faszinierend. Ja, höchst faszinierend, wohl wahr. Es ist so ein Spaß, euch hier zu treffen. Also natürlich sind wir ja nicht zum Spaß, aber wir sind ein Teil der Geschichte. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Unglaublich faszinierend. Ich wiederhole mich ungern. Wunderbar. Habt ihr denn schon über ein Testament nachgedacht? Äh. Ich denke nicht, dass das notwendig sein wird. Ich hinterlasse nichts. Ich habe keine Erben. Oh, aber ihr könnt alles zum Beispiel der Feckskirche vererben. Ja, das wäre doch ein wunderbares und eine sehr... Nun, über die einzelnen Glaubensrichtungen hinausgehende Geste der Brüderlichkeit, nicht wahr? Aber warum sollte man das tun? Die Feckskirche kriegt das ganze Geld doch sowieso früher oder später. Dann muss man ihr nicht auch noch helfen. Nun, aber es wäre doch effizient. Ja, aber Effizienz ist nicht Feckskirche. Er ist nicht im Feckskirche Sinne. Nun, was ist denn mit euch, Adeptus? Wollt ihr nicht eure magischen Erkenntnisse der Nachwelt zugänglich machen? Eure Memoiren? Reden Sie mit mir? Ja. Äh, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Oh, verzeiht. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mahira Sabamorste. Ich bin eine Herr Sintegeweite aus Aranien. Sehr erfreut euch, Nadeln. Warum sollte ich meine Memoiren hinterlegen? Ich habe nicht vor zu sterben. Äh, nun, aber die kann man doch auch während des Lebens publizieren, hm? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine wirklich gute Nachtlöktüre wäre. Aber warum denn nicht? Ich bin mir sicher, Sie sind völlig faszinierend. Was für einen Zauber habt ihr zuletzt gelernt? Oh ja, erzählt doch ein wenig. Was für einen Zauber habt ihr gelernt? Ich glaube, ich war hier gesucht nach Voltaxon. Äh, das ist eure Sache. Ich halte mich daraus. Nun, ja, ihr wolltet es fortfangen? Ich lasse euch gerne das Wort. Ich wollte die Daime gerade dazu beglückwünschen, dass sie euch entlockt hat, dass ihr nicht vorhabt zu sterben. Ihr wart den ganzen Tag so finstergela und anscheinend habt ihr doch einen Funken Zuversicht in euch. Wirklich? Truget ihr euch mit Selbstmordgedanken? Äh, nein, das hatte ich nicht, aber... Oh, das solltet ihr auch nicht, Adeptus. Das wäre ja verschwendete Lebensmühe. In der Tat. In ihrer Gegenwart können diese Selbstmordgedanken schon mal aufkommen. Äh, was? Nein, nichts. Es war nur ein Spann. Habt ihr nicht noch ein paar Münzen zu zählen oder so? Ja, da hättet ihr einige für mich? Äh, äh, nein. Nein, ich habe nur sehr viel Pergament hier. Vielleicht hab ich noch eine Münze. So eine seltsame mittelreichische... Äh, diese hier hab ich. Oh ja, die nehme ich. Dankeschön. Einen schönen Tag noch. Ja, was ist denn nun mit den Testamenten? Kann ich die euch aufschreiben, abnehmen? Ich nehme auch gerne Beichten, also Lebensbeichten, so letzte Worte und so etwas ab. Ja, Adeptus, ihr? Redet ihr immer so viel? Äh, ja. Warum? Nun, ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis. Und die Herrin Sinde, die ist mir zugetan, die schickt mir so viele Ideen in meinen Kopf hinein. Oh, das ist aber toll. Ich kenne das Problem, aber... So viel wissen will ja auch weiter verbreitet werden. Es gibt Mittel und Wege dagegen. Oh, ähm, kennt ihr die Geschichte von der Armbrust? Oh nein. Währenddessen schreitet Dracodan von Misaquell mit schweren Schritten auf euch zu und hat euch im Blick. Ein einziger Schwenk mit seiner Hand bedeutet der Geweihtin, dass sie wieder abtreten kann, soll, darf und muss. Und, äh, ohne ein weiteres Wort, ähm, vielleicht etwas, äh, gekniffen, wird Sahira Sabamoste verschwinden. So steht Dracodan vor euch und streckt die Hand aus. Ich bekomme noch etwas von euch. Aber mir bezahlt den Mann. Ich glaube, er verlangt nach den Blutviolen. Ach so. Ich hole die Handzinn-Fiole heraus. Ich hole den Rand-Moment in der Hand. Das sind zwei von drei. Ja, Brohaia, aber möchte ihr Blut selbst abgeben. Hm. Wartet, ich laufe einmal kurz los. Ähm, wo soll denn das Ritual durchgeführt werden? Lass euch darüber einen schönen Kopf nicht zerbrechen. Hm, nun, dann bringe ich die Kaiserin hierher oder wäre euch eine Fiole lieber? Ich begleite euch. Sehr wohl. Und so könnt ihr zu Brohaia aufschließen, die da gerade im Gespräch mit dem Ritterkönig Danos von Luring ist, wo die Kavallerie platziert werden soll und auch, äh, dem Magister Melvin Störerbrand. Erster Hof, Magus. Oh, ja. Ähm, Magistrar Spruchwissen. Wie können wir euch helfen? Ach so, ja, ihr bekommt noch etwas von uns. Ähm, jetzt? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ja. Gut, dann holt sie ihr Schwert, dein Schwert, heraus, finster Licht, wie sie es getauft hat und schneidet sich ebenso, wie Anson es getan hat, in die Handfläche, drückt es zusammen und lässt das Blut dann in einer Fiule aufhängen. Du kannst erkennen, dass das Ritual, was der drachengestaltige Draco dann von Misaquell vorbereiten muss, er ist nicht, er zerdrückt die Fiolen in seiner Handfläche, es knirscht einmal, das Blut läuft in seiner Handfläche und er schluckt allesamt runter. Fiole und Blut. Ich gucke mit einer Mischung aus Faszination und Ekel zu. Es geht los. Ihr habt einen halben Tag. Ich habe ihn gerufen. Nun, dann machen wir es besser als die Organisation. Äh, Thanos, ihr seid hier, wie gut? Ah, Jalan, Freund. Schön, dass ihr hier seid. Ich habe eine neue Lanze. Ich sehe es. Dann prächt dich noch dazu. Habt ihr schon mit Oberst Eirik gesprochen? Hat schon wieder ein neues Schwert. Das andere hat er zerbrochen. Kam kaum, dass er in Gareth war, ist er direkt wieder zu Thorneisinger gelaufen. Jedes Mal zerbrechen sie. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und was das angeht, hört zu. Wir werden dann Teil der Reiterei, die der Almadana, um genau zu sein, nehmen, um einen Angriff auf den Drachen zu reiten. Ihr seid natürlich gerne willkommen, euch anzuschließen, aber nur niemand hält es euch vor, wenn ihr lieber bei den Rommelisern bleibt. Was wollt ihr denn mal sagen? Ich habe den Titel Ritterkönig nicht, weil ich mich vor einem Drachen fürchte. Auch wenn ich das erste Mal besiegt worden bin. Ich steige ebenso wie ihr wieder auf, auf mein Pferd, nehme mir eine neue Lanze und es geht weiter. Dann ist Rundra wahrhaftig mit euch. Erinnert ihr euch noch an das Turnier? Lanze um Lanze ist zerbrochen. Ihr hattet keine mehr und ich gab euch meine. Fühlt sich fast an wie zwei Jahre. Aber es waren nur ein paar Monate. Die Zeit vergeht. Zell flüssiger, je länger dies hier dauert. Nun gut. Dann warten wir euch auf dem Feld und ich werde vielleicht nicht die Zeit haben, aber setzt dann oberstarig auf die Rommelisernritter an. So machen wir es. Alles gut. Ihr habt den Mann gehört. Dracodan von Misaquell. Gebt Bescheid. Fahrensignale. Ich will, dass der Adels hier aufgestellt ist. Gut, der Rest von euch bereitet euch vor. Macht euren Frieden mit den Göttern. Wir sollten die Truppen noch sortieren, die anderen Heerführer ins Bilde setzen und ihnen allen einschärfen, dass sie nicht zu nah zusammenstehen wollen. Äh, dürfen. Ich will nicht, dass sie um Drachen gegrillt werden. Nicht schon wieder jedenfalls. Die Zeit vergeht. Zulamin, deine Vorbereitung. Ich gehe zu dem Effert-Tempel und spreche mal mit dem Geweihten. Oder der Geweihten. Wer auch immer da noch ist. Eine Geweihte. Sie hat gerade ihren Effert-Bart beiseite gelegt, kniet vor einer großen Statue, dreht sich dann aber um und guckt dich an. Ich gehe zu dem Effert-Bart beiseite gelegt.